So, und ich möchte damit noch einmal Hallöchen sagen. Dankeschön, dass ihr hier seid. Das war jetzt gerade während dem Kampf, das war ein bisschen stressig, weil das war ein Schlachtschiff von denen. Ich habe noch nicht gegen ein Schlachtschiff von denen gekämpft. So. Also, wir sind hier bei The Long Journey Home. Die Menschheit hatte ihren ersten Sprung gewagt, also den ersten Sprung ins Weltall. Und es wurde leider ein größerer Trip, weil wir uns leider irgendwas lief schief. Und jetzt sind wir im Weltall und müssen irgendwie mit den Aliens, die wir gefunden haben, unseren Weg nach Hause finden. Das läuft gerade gut, wir haben eine Menge Geld bekommen, also wir handeln und müssen schauen, dass unser Schiff nicht auseinanderfällt. Wir haben jetzt ein paar Sachen hier da. Ja, es läuft gut, aber manches ist... ...seltsam gerade. Ja, Hallöchen, das ist wohl einer der. Ist ja so ein Schlangenwesen mit so Hinterbeinen. Toll. Und zwar finde ich gerade interessant, dass wir den Logos... Die mögen uns. Entrupe. DB-Eintrag 9873481. Perfekt. Die mögen uns. Das versteht jeder. Äh, das mit den, ähm... Mit den Logos. Da stimmt was nicht. Da stimmt was mit den ganz und gar nicht. Die haben uns nämlich was gegeben. Ich spoiler nicht, da bin jemand uns etwas gegeben und die wissen genau, was das ist. Sie wissen, was das mit uns anrichtet. Und... Und... So wie die drauf sind... Ist es super merkwürdig, dass sie uns das gegeben haben. Und... Ich habe eher den Verdacht, dass sie irgendwie... Ich weiß nicht, dass sie vielleicht perverse Spielchen mit uns treiben und... Das ist nicht geil. So, schauen wir mal, was da drin ist. Ich hoffe, was gut ist. Äh, wahrscheinlich Kupfer oder Silikate. Silikate, aber die brauchen wir. Kupfer wäre auch nicht schlecht. Mein Schiff ist etwas angeschlagen. Und scheinbar sind die raksackt. Das wird ein gefährliches Gebiet hier. So ein Little Shea, Hallöchen. Willkommen zurück. Während ich ein paar Asteroiden kloppe. Oh, schon zwei Stunden und... Absolut. Ist schon dran, 20 Uhr. Also fast. Also, normalerweise beginnt immer um 21 Uhr. Also, was heißt immer? Hauptsächlich eigentlich fast immer. Äh, vorher ist immer nur... bisschen Musik oder sonst irgendwas. Das heißt, wir spielen schon seit eineinhalb Stunden. Gut, wir haben ein bisschen Eisen gefunden. Ich glaube, da ist nicht mehr. Dann verschwinden wir von hier. Komm, 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 komm. Ach, schön. Was alles so passiert. Ja, ich war gerade bei den Logos und wir sind durch das Tor geflogen. Haben gut Geld gemacht. Warte, wo ist mein Geld wieder? Ich hatte das Geld für euch hier. Da. 451, ähm, Credits. Und, ähm... Das ist seltsam mit den Logos. Ähm, die haben mir nämlich etwas gegeben. Die mögen uns die Logos, aber die haben mir etwas gegeben. Und zwar das hier. Das ist seltsam. Wir haben uns alles Gute gewünscht und das hergegeben. Am Tor. Vorher haben sie noch bei Ash was rausgeschnitten. Und dann geben sie uns das. Und ich verstehe es nicht. Also, ich... Hab ne Vermutung, aber die Logos sind nicht gerade... Die sind nicht sauber. Na, ich würde ja immer sagen, Sus, absolut. Genau das dachte ich mir. Mit denen stimmt überhaupt etwas nicht. Dass sie uns irgendwie... Dass sie Spaß haben, uns in unser Fleisch zu schneiden. Den Logos betrachte ich jetzt irgendwie anders. Und was wir auch gefunden haben, sind die Entruppe. Und die haben natürlich uns, äh... Ein schönes Produkt als kostenloses, äh... Probegeschenk gegeben. Das ist toll. Ich weiß aber nicht, was ich damit machen soll. Wir behalten es einfach erst mal. Ja. Und sonst habe ich mein Landemodul aufgerüstet, damit es weniger Hitzeschaden bekommt. Und, ähm... Was noch? Äh, die Gravitation etwas besser ist. Also, dass wir die Gravitation besser abfedern können. Adelgunde, da wollten wir ja landen wegen dem Wrack. Warte, Quartiere. Wirst du da Psyopen machen. Gruppe, Sticht, Strukturen, Wrack. Und Eisen ist dort auch. Das brauchen wir. So. Die Logos haben erst einmal deinen Befall beseitigt. Und deswegen die Narben. Das heißt nur einmal. Die haben Eschammer geheilt. Die haben Kirstammer geheilt. Und haben uns die gesamten Sachen weggenommen. Weil es halt... Naja, Dingens war. Äh, und, äh... Dass sie uns das geben, ist halt merkwürdig. So, jetzt bin ich gespannt, warum hat uns der Gelugt zu diesem Wrack geschickt. So, sehr geringe Gravitation, dann landen wir doch einfach hier. So, ganz sanft. Äh, okay. So gut ist es nicht. Komm, runter. Perfekt. Ich, ich bin beim Wrack gelandet. Sieht sicher zum Borden aus. Es gibt ein Problem mit... Mein Geiger-Zegeler dreht gerade durch. Scheint ein Strahlungsleck auf dem Schiff zu sein. Ohne bessere Schutzausrüstung komme ich hier unmöglich rein. Und weiter. Das ist schlecht. Ein persönlicher Schild haben wir nicht. Wir hätten einmal einen kaufen können, aber es geht nicht. Wir müssen ablehren. Tut mir leid, aber ich muss so zum Landemodul zurückkehren. Mein Braumanzug ist euch in Belastungen einfach nicht gewachsen. Mist. Äh, vielleicht können wir hier in dem System noch einen kaufen. Also merken wir die Zukunft. Ein bisschen Eisen können wir mitnehmen. Oh, wie viel Eisen gibt es da scheinbar nicht. Äh. Okay, das reicht. Ich hoffe, ich finde hier doch ein Schild, den ich kaufen kann. Aber es sieht nicht danach aus. Obwohl, denn... Vielleicht gibt es hier einen bewohnten Planeten. Oder vielleicht bei dem. Ihr habt unser Vertrauen verloren. Wir betrachten euch jetzt als Leibeigener. Ihr bringt mir Schmach mit eurem Auftreten, Menschen. Er weise ich euch einfach nicht genügend Respekt. Was ist mit dem jetzt? Ähm, Kumpel, ich bin hier, weil... Habt ihr Arbeit für mich? Nehmt ihre Tätigkeiten? Möglicherweise können euch die Leibeigener auf unserem Planeten weiterhelfen. Uns Ritter obliegen Verpflichtungen höheren Ranges. Na gut. Ähm, Thema. Zubek, Mitsurani, Sanandi-Ruinen. Vielleicht wissen die was darüber. Selbst die tapfersten Ritter würden Xan... Xan... Xa-Quindi-Ruinen nicht leichten Herzens betreten. Es wird gemunkelt, dass die tiefsten davon bis zu den verfluchten Hallen von Mir... Mirageharn euch selbst herabreichen. Okay, äh... Was heißt das? Ähm, wisst ihr etwas über die Rack sagt? Je mehr wir... Je mehr ihr von ihnen vernichtet, desto besser für uns alle. Hätten wir doch nur die Streit macht, um sie für immer vom Anlitz... Äh, vom Anlitz dieser Galaxie zu tilgen. Äh... Aber dann vielleicht... Was wirst du über die Entruppe? Das ist interessant. Okay, der hat keine Lust mehr. Wie lange wollt ihr das Geplänkel durchziehen? Na gut, dann weck uns. Wo es den Wolfhacks anscheinend Respekt zollen, bevor du die Kommunikation aufraust. Wie? Mit dem Schutzschild? Vielleicht, wenn wir ein Schutzschild aktivieren. Da ist es mehr so... Hm? Wir können kämpfen. Wir sind bereit, weil ihr stark seid. Vielleicht mit dem Schutzschild. Aber das könnte auch als Kriegshandlung gedeutet werden. Äh, das ist falsch. Äh, es gehört niemanden. Okay. Hier gibt es eine Silikate. Ist ein Biotop dort. Okay. Wenn ein Biotop dort ist, dann schicken wir Ash runter. Echte Erdbeben. Okay, dünne Atmosphäre runter mit uns. Ja, es geht in der Atmosphäre. Kein Problem. So, Erdbeben macht in der Luft kein Problem. Wie soll's auch? Wir müssen ein bisschen weiter rüber. Wir haben einen leichten Wind. Das macht's ein bisschen schlecht. Ich warte noch auf den Erdbeben ab. Dann landen wir da. Ja, sehr gut. Perfekt. Ich muss ein Bild von ihnen machen, bevor wir... Tut mir leid. Mir geht es gut. Ich bin nur komplett durchnässt. Bin über irgendetwas gestolpert. Ich glaube, das ist eine Art von Schildkröte. Niedlich. Soll ich sie mitbringen? Cello-Trisc. Dreibeinige, einäugige Schildkröten. Äh. Sie nehmen wir mit. Komm her, kleines Kerlchen. Du kommst mit uns. Soll ich schauen, was es noch hier so gibt? Na klar. Vielleicht noch eine Schildkröte. Mit zwei Beinen. Dann brauchen wir noch eine weitere Probe von dieser Pflanze. Ja, das Redisse nehmen wir mit. Hab's. Kehre zum Landebodul zurück. Auf geht's. Weg hier. Aber Silikate könnten wir mitnehmen, wenn wir schon hier sind. Weg hier. Ich treibstoff sparen. Und... Ein bisschen zu spät. Jawohl, mit dem Wind gar nicht mal so schlecht. Warte noch auf dem Erdbeben. Gut, runter, runter mit uns. Okay, das war's. Mehr brauchen wir nicht. Meckier, zwei Stück. Ist in Ordnung. Ist mir zu blöd mit dem Treibstoff aufwenden für den Wind und den Merdbeben am Boden. So, was können wir damit machen? Wir können das jetzt hier reinwerfen. Unsere Karte sollten reichen. Eins, zwei, drei. Das reicht erst mal. Ich bin mal eben was zum Abendessen. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Manchmal macht das ja Spaß. Und guten Appetit. Hast du was zum Verkaufen? Genau, ich könnte sie verkaufen. Und einige Sachen. Ich habe sehr viel Kupfer an die Locos verkauft. Die mögen scheinbar Kupfer. Sehr sogar. Ich kann die für, ich weiß nicht, was war das? 20 Reds pro Stück verkaufen? Das war nett. Oh Gott. Halt ihr dieses Ding fern von mir? Echt jetzt, Leute? Ich bin kein Botaniker. Kein Anima-Liker. Ach, wie niedlich. Können wir es behalten? Sie sollte uns ernähren. Nicht umgekehrt. Schlachten. Okay. Schade, er hat es versucht. Da können wir nichts machen. Noch nicht. Vielleicht kriegen wir das hin. Schau mal. Wir haben ein Radieschen. Wir haben noch ein Radieschen. Das ist in Ordnung. Wir können ganz viele Sachen behalten. Ah, auf dem Planeten war ich noch nicht. Bitte sei bewohnt. Locos machen einen fairen Preis. Ich weiß nicht, ob es ein fairer Preis ist. Ich meine, das ist eher super drüber. Aber sollen mir recht sein. Ich versuche mal, Medizin zu machen. Und er zeigt dem Locos mal das Radieschen. Könnte ich mal machen, wenn ich eintreffe. Vielleicht wollen die das. Die Locos waren schon ganz schön scharf auf die andere Pflanze, die ich gefunden habe. Ja, da haben sie eine Menge Geld angeboten. Wenn ich die Radieschen auch verkaufen kann, ist das super. Sollte ich mal anbieten. Vielleicht wollen die das. Locos sind scharf auf die Pflanzen. Äh. Ah, okay. Warum nicht? So, das ist Andrananda. Ich wollte eigentlich hier landen. Wegen dem Wasserstoff. Aber der Orkan würde, glaube ich, die Ernte hier ganz schön kaputt machen. Obwohl, das ist nur die Gravitation. Der Orkan, ich glaube, den können wir abbremsen. Ich versuch's mal. Wir brauchen jemanden, der gut das bedienen kann. Kirsten, ne? Oder rein da. Aber leider finden wir hier keinen persönlichen Schild. Das ist ein bisschen schade. Sogar weiter zu unhoch sollte kein Problem sein. Wir haben Antigraf, äh... Generator. So, jetzt kommt gleich der Wind. Oh Gott, der kommt von beiden Seiten scheinbar. Oh Gott, das ist starker Wind. Schöner Treibstoff. Wow. Ableiter durchgebrannt. Kirsten, Parasso, gebrochener Arm. Das kam jetzt unerwartet. Oh Gott. Komm schon, ein bisschen weiter. Herr Lehrer-Container. Okay, wir sind hier fertig. Das hat mehr gekostet, als ich eigentlich wollte. Ah, zwei Sachen kaputt. Leider. Kirsten hat's auch wieder getroffen. Okay, schauen wir mal. Kirsten, geht's noch schlechter. Aber die Ressourcen, wir hauen das mal alles in den Tank. Ja, ja. Ja, ja. Okay, äh, was haben wir noch? Äh, Landemodul, war beschädigt. Landemodul, Antrieb. Okay, Ableiter ist nicht schlimm. Schutz vor Blitzschlag, das kann man verkraften. Warte, wir können zum Tor. Vielleicht haben die einen Job. Und wir könnten bei dem wieder Kupfer verkaufen. Bei den Logos. Auf zum Tor. Ich hoffe, die haben Schuttschild. So, jetzt muss ich wissen, auf welchen Planeten wollten die nochmal. Wenn wir Schuttschild finden, welcher Planet war das? Daheim, Ruinen, Cannopus, Gemini South. Nee, das ist Groombridge. Weiß nicht mehr, welcher das war. Aber das war ein Wrack auf irgendeinem dieser Monde. Glaube ich. Auf den Lava-Planeten war gar nichts. Es muss ein Mond gewesen sein. Glaube der hier. So, können wir die vielleicht einfach so rufen? Wir wollen nicht durch das Tor, wir wollen. Kinder, willkommen. Unsere Docks stehen euch offen. Na gut, die wollen so. Andock-Vorgang abgeschlossen. Willkommen in diesen Hallen des Handelns und des Lernens. Jupp. Erstmal Service. Ich shop. Er ist unlicher Schild. Perfekt. Gekauft. Und verbannt. Es hilft gegen gebrochenen Arm und Beine. Äh, nee. Er hat verschiedene Dinge. Okay. Aber wir haben erstmal das gefunden. Das ist super. Wir könnten noch einen Scanner kaufen. Obwohl, die hätten uns... Vielleicht bringt er was. Ich würde noch einen kaufen. Das machen wir. Ein Battle würde ich nicht... Ungehebe es, Baby. Ich wüsste nicht mehr, wozu. Oh. Ich meine, wir haben einen Käfer an Bord. Aber ist das schlimm? Warte, wo ist mein Käfer? Da. Ist in Ordnung. So, ähm... Du, 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 du. Reparaturen. Kann ich was reparieren? Chips außen Land und... Ne, das ist nicht. Was anderes. Auch nicht wichtig. Händler. Warte, ich wollte Ihnen erstmal was zeigen. So, und zwar... Äh, ich glaube, das war die Paronchia Falkata. Und zu dieser Angelegenheit haben wir kein Wissen anzubieten. Sie wissen nicht, was das ist. Was ist denn ein Kellodrisk? Warte, ein Reef. Er bietet den weniger vom Glück Begünstigten eine Transportmöglichkeit. Und überaus wohltätig. Na gut, dann handeln wir. Kein Schädel, kein Medigit. Oh, wir haben noch ein Medigit, ganz wichtig. Äh, ich will euch Kupfer anbieten und... Pflanzen. Zwei sehr viele Wurzeln, sehr gut. Haben wir noch irgendeine Pflanze? Also außer Gwen, aber die bleibt da. Plerodrisk, ich wüsste nicht. Irgendwie behalten den, weil er niedlich ist. Äh, ich hätte gern dafür 300. Ja, wir sagen 100, 100, 200, dann 280. Na, knapp dran. Ich würde 350 sagen. Ja, das ist ein niedriger Preis. Wir gehen mal hoch auf 288. Okay, die sind nicht sehr... Okay, 163. Gut, 163 erhalten. Ist so noch für zwei Radies hier. Okay, dann haben wir ein Thema. Was ist... mit der Turnierlizenz? Okay, kein Problem. Wir haben den Schutzschild. Das reicht mir. Es sind gezeigt, habe ich gezeigt. Sie hatten kein Wissen dazu. So. Ja, du bist in einem Tor. Ja, ich nehme an. Logos ist Logos. Aber egal, die Wurzeln sind jetzt weg. Wir haben ein Schutzschild gekauft, deswegen... Thor ist nochmal was anderes. Das ist ja dann... Nicht meine Schuld. Wo soll ich wissen, dass Tor-Logos anders sind als... Äh... Schiff-Logos. Aber bei jeder Spezies... Na gut. Na gut, dann weiß man das. Jetzt. So bitte war das der Mond. Thor ist Thor. Selbst wenn du verfeindet bist, müssen die dich durchs Tor fliegen lassen. Okay. Ich dachte, dass beim Handel halt... Naja... Spezies... Gleiche Dinge passieren. Ich meine, Kuffer kaufen sie mir auch immer ab. Ja. Jetzt ist es halt so. Auf zum Mond. Wir haben den Schutzschild. Das ist super. Warte, wo ist mein Schutzschild? Mietet kurzzeitigen Schutz. Was ihr will, damit die Außenhülle? Nee, nee, nee. So, mit dem will ich nicht reden. Die beleidigen mich wieder. Ein Voltfax, genau. Wir können das eigentlich mal versuchen bald. Aber ich will erstmal hier landen auf dem Wrack. Und zwar mit Siopan. Die darf das einmal unter und runter mit dir. Jetzt finden wir endlich heraus, was da geluckt wollte. Ich bin beim Wrack gelandet. Der sieht sich jetzt am Boden aus. Nö, wir verlassen wieder. Da gibt es ein Problem. Mein Geigerzähler dreht gerade durch. Es scheint ein Strahlungsleck zu sein. Aber wir haben die perfekte Möglichkeit. Akzeptieren. Der sinnliche Schild würde entfernt. Okay, das sollte die Strahlung zurückhalten. Ich müsste das Schiff jetzt nach Bergungsgut durchsuchen können. Mal sehen, was wir hier haben. Ich kann mir das in meinem Eva-Anzug nicht genau ansehen. Aber es sieht interessant aus. Soll ich es zurück zum Schiff bringen? Ja, okay. Eine Arminierung. Ja, nimm mit. Ich kehre zum Landemodul zurück. Das ist jetzt, okay. Das ist jetzt enttäuschend. Das ist bedauerlich. Okay. Aber, äh, was ist denn jetzt mit dem Gluck? Hat er uns da hingeschickt? Das ist ja dann ein bisschen, ne? Okay, daheim so wohl. Campus Ruinen. Der wollte uns zu den Ruinen schicken nach Gemini Sauf. Sauf ist Sauf. Warte, Galaxie-Ansicht. Schauen wir doch mal. Wo müssen wir hin? Das ist Kannopus. Das ist ein Planet schon wieder. Die wollen uns zurückschicken. Den Gluck, den wir gefunden haben, will uns da hinschicken. Ich will aber zum Schwarzmarkt. Dann hat der Gluck Pech gehabt. Ah, und ich will auch gerne jetzt hier den Tuliki. Das können wir ja machen. Ist ja, obwohl das ein Gasriese. Äh. Ab zum Schwarzmarkt. Ich glaube, das wäre mir lieber als die Tuliki. Äh. Obwohl, wir können nicht einmal darüber springen. Wir müssen nach unten. Was hat der Blender schon eingebaut? Ich habe, äh, Hitzeschild und, äh, Grafantrieb drin. Damit wir schön auf Lava-Planeten landen können. Das Problem ist nur, äh, wir haben jetzt unser Kühlmittel. Ist kaputt. Und damit können wir nicht mehr so viel, äh, abbauen auf dem Lava-Planet. Das heißt, es wäre sowieso gut, wenn wir das einmal hier in der Schiffswerft wieder, äh, rapprieren lassen. Ne, ja. Dann könnten wir von hier aus... Können auch nicht weiter. Wir müssen dann nach Beta-Eridani. Da gibt es aber Silikate. Ja, kostet nur 100. 100 ist eine Menge, aber... Können wir apparieren lassen. Dann würde ich rüber nach Suromundi. Da gibt es noch mehr Treibstoff. Und auch wieder Kupfer. Das ist gut. Wir könnten einmal in den Raum hafen. Das entscheiden wir aber dann später. Ich würde nicht zum Garten. Äh, ich, ich habe irgendwie ein Problem mit dem Wein. Die sind, äh, ist sogar ein Krankenhaus. Die sind mir irgendwie etwas feindlich gesinnt. Ich weiß nicht mal genau warum. Die haben mich hier irgendwo abgefangen. Und mich dann einfach angefangen, also tatsächlich abgefangen. Wollten mit mir reden. Haben aber nichts gesagt. Und dann haben sie mich angegriffen. Das war seltsam. Hier ist Krypton drin. Wenn das der Gasriese ist und da ist Krypton, dann wäre das sogar viel besser als das, was wir hier finden. Oder hier ist Xenon. Aber erst mal nach Tuliki. Wir sind hier fertig. Wir sind hier fertig.